Greldig geht mit Prajadur etwas zur Seite und beginnt leise, aber nicht flüsternd mit ihm zu reden. Prajadur, ich sehe zwei Möglichkeiten. Grundsätzlich wäre es eine Möglichkeit, die potenziellen Aufständischen mit dem Versprechen von weiterer Nahrung und dieser Nahrung auf unsere Seite zu bringen. Die andere Möglichkeit wäre, unseren Freund seiner gerechten Strafe zuzuführen, wenn er tatsächlich der Anführer der Aufständischen ist, könnte Toll Duroc gegebenenfalls sich auf einen Handel einlassen. Ob das allerdings mit eurer Weltsicht vereinbar ist, kann ich nicht abschätzen. Nun, er muss für ein Kirchengericht gestellt werden. Das steht außer Zweifeln. Ich bezweifle, dass Toll Duroc mit den Verhaltensweisen, die er hier an den Tag gelegt hat, auf ein Kirchengericht warten wird. Er scheint eine sehr brachiale Gewalt hier auszuüben und das Recht in die eigenen Hände zu nehmen. Nun, das ist Unrecht und ich werde nichts Unrechtes geschehen lassen, solange ich dabei bin. So, ja, wir sind hier nicht, um den Mann zu stürzen. Wir haben eine Aufgabe und ich glaube, das ist auch eine ziemlich große Last, die wir uns auf die Schultern bürden würden. Findest du nicht? Nun, ich würde vorschlagen, wir reden erst einmal mit ihm und prüfen sein Gewissen und sein Rechtsverständnis und treffen dann unsere Weiterentscheidung. Könntest du es bei diesem Gespräch vielleicht unterlassen, ihm ins Gesicht zu sagen, dass wir ihn stürzen wollen oder dass du mit seinem Recht, wie oder wie er die Stadt hier führt, nicht einverstanden bist? Nun, ich werde nicht lügen, aber ich werde ihn auch nicht direkt darauf ansprechen, auf unsere weiteren Pläne. Selbstverständlich. Ich bin nicht dumm. Ja, nicht dumm, Noah. Manchmal reicht das halt einfach aus einem heraus. Wir alle. Nun, ich denke, ich werde mich soweit unter Kontrolle haben, dass ich ihm nicht, äh, Vorwürfe mache, könnte man sagen. Nun gut, wie verfahren wir nun mit diesem Getreide? Lassen wir es bei diesem Giftmischer Achmed? Nun, ich, die einzige Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass wir uns jetzt entscheiden müssen. Entweder entscheiden wir uns dazu, der Bevölkerung Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, um Hilfe zu erlangen, die Dokumente in unserem Besitz zu bekommen, oder wir entscheiden uns dafür, den Wertenkapitän mit seiner Ladung wegsegeln zu lassen und versuchen, die Dokumente auf anderem Wege zu erlangen. Beide Optionen offen halten wird vermutlich schwierig. Im Zweifelsfall kriegt man hier im Hafen aber das Essen durchaus auch los, ja. Nun, wir sind hier, um den Menschen zu helfen und nicht um Gewinn zu machen. Wir werden dieses Getreide also kaufen und der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Können sie es denn überhaupt annehmen? Nun, ich denke schon, wenn sie hungrig sind, werden sie essen müssen. Ja, dann müssen wir aber schauen, wie wir denen das geben. Nun, das wäre noch zu klären, wie wir das Getreide verteilen. Ohne dass am besten die Wachen das mitbekommen, denn sonst werden sie es wohl nicht annehmen oder zumindest dafür Strafen erhalten. Nun, vielleicht könnte uns Ahmed auch in dieser Sache behilflich sein. Es wirkt sich Strafbildern für ihn aus, könnte man sagen. Außerdem wissen wir auch immer noch nicht ganz, was dieser Richter oder dieser Sultan für ein Mann ist. Denn er könnte es sonst übel nehmen, dass wir hier irgendwas in seiner Stadt verändern. Nun, wir werden sehen. Wenn er ein gerechter Mensch ist, wird er die Gerechtigkeit erkennen. Ja, hat sich das bisher so angehört, aber... Nun, wir werden sehen. Wir müssen ihn besuchen, mit ihm sprechen und sein Gewissen prüfen. Wir sollten nur darauf achten, dass er nichts von dieser Ladung mitbekommt. Wenn er entsprechend paranoid ist, könnte das durchaus zu unseren Lasten ausgelegt werden. Nun, wir tun nichts Unrechtes. Wir verteilen Getreide. Da gibt kein Straftatbestand. Euer Wort in sein Ohr. Nein, das ist Recht. Allgemein, Andeg hat das Recht. Nun, das Recht hat dem rechtmäßigen Sultan auch nicht viel geholfen gegen Dolgoruk. Nun, es war eine Gewalttat. Das hat nichts mit Recht zu tun. Wie dem auch sei, woher mit dem Zeug? Wollen wir das einfach hier abladen? Ich glaube, ein Clown wird das sicher nicht. Wir müssen es einfach am Hafen stehen lassen. Ich denke, die einzige Menschen, die wir kennen, ist dieser Achmed, ob ich ihm vertraue oder nicht. Für die erste sind wir auf ihn angemessen, fürchte ich. Es wäre sträflich nachlässig. So viel Nahrung. Einfach unbeaufsichtigt an einem Kai zu lagern, wenn die Bevölkerung hungert. Es wäre vermutlich im Laufe der Nacht verschwunden. Was sagt ihr dazu, Kai dann? Ja, also wenn du es einfach hinlickst, ist es weg. Also, ist es beschlossene Sache, dass wir dieses Getreide bei Achmed lagern? Ja, also selbst wenn du dich am Ende dann mit diesem Dolgoruk einigst, dann schadet ja nicht, wenn die Leute dir was zu essen haben. In der Tat. Es ist gut, was zu essen zu haben. In der Tat. Eine gerechte Tat ist das. Nun, ich traue dem Mann nicht, aber ihr alle dafür seid. So ist es beschlossen. Von mir aus. Äh, Kapitän? Da. Ja. Könnt ihr das Getreide dort hinten bei dieser, wie nennt sie das, eine Tedrake Einlage? Spricht mit Achmed Ben Jalifa ist dieser Mensch, der Kapitän, äh, Tavernbesitzer, wie auch immer er sich schimpft. Da, aber ich kriege Geld von euch. Natürlich, äh, ich würde mal die Mütze hier zusammenkratzen irgendwie, ich habe noch mein restliches Vermögen und äh... Sag mal, kannst du eigentlich damit was anfangen? Ronga hat, äh, vorher schon ein Stück Papier rausgeholt, genau, Fliesenanlass, und reicht ihm das rüber. Das, äh, kann Ronga selbst nicht damit anfangen, aber das ist ein Nordlandbank. Äh, äh, scheint von 50 Dukaten. Ja, das ist Nordlandbank, das gut ist Geld. Äh, Geld, ja, äh, äh, wie, wie viel nochmal? Äh, ich weiß nicht. Aber das steht halt auch drauf, oder nicht? So wird mir das gesagt. Äh, dort steht 50 Goldstücke, auszuzahlen an den, den Nachfolger dieses Scheins. Und, und, du nimmst das jetzt tatsächlich anstatt, dass wir dir 50 Goldstücke geben? Äh, da. Ha, 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 ha. Nordlandbank gut. Ach, die hatten Recht. Solche Leute gibt's wirklich. Gut, nimm, kannst du haben, rechne das für einen Preis mit ein. Äh, Ronga, ihr habt eine gute Tat verbracht. Äh, aller Ehre wert. Dann bekommt ihr noch Knoblauch und Zwiebeln, da. Gut für Gesundheit. Ich hab ein Stück Papier gegen Aron getauscht. Nun ja, äh, äh, ein Geldwert, äh, von 50, äh, Dukaten, dem Kapitän ausgehändigt. Nein, nein, er hat ein Stück Papier gegeben, das hab ich auch gesehen. Und nun ja, es ist, es ist gleichwertig. Ja, ja klar. Also gut, Männer. Wir legen da drüben an der Citrake an. Äh, da wird die Ladung gelöscht. Äh, danach können wir immer noch nach Kunch um. Wir haben Geld bekommen, können wir verhuren. Nein, 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 nein. Soll ich nicht hören. So könnt ihr bei dem Entladen, bei dem Löschen eurer Kogge etwas zusehen und, äh, Ahmed, äh, die letzten Einweisungen geben. Bis ihr dann, äh, ja, erkennt, dass das alles dann geregelt in Gang läuft. Das wird wohl noch einige Zeit dauern und eure Unterstützung brauchen die wenigen Personen dabei nicht. So könnt ihr am Effertempel wieder vorbeigehen in Richtung Süden, um dann in Richtung der Brücke der drei Töchter zu gehen. Dort vor könnt ihr einige Händler erkennen, die euch warnende Rufe, äh, trotz dessen, dass ihr Fremde seid, zuraunen. Hey, Effendys, Effendys, äh, kommt her, kommt her, kommt her. Ihr, ihr, ähm, ihr müsst, ihr müsst Opfergaben kaufen, bevor ihr rübergeht. Niemand, der bei Trostes geht, geht ohne die Opfergaben rüber. Was ist dies für ein Unsinn wieder? Äh, ihr müsst den drei Töchtern opfern. Die drei Töchter, die Brücke der drei Töchter. Ihr kennt euch hier nicht aus, ja? Wer sind diese drei Töchter? Äh, Burami, Dalila und, äh, Elmandari. Äh, sie sind die, die Töchter des Baumeisters. Er hat sie damals eingemauert, hier in die Brücke. Dort, äh, seht die, die drei Pfosten, die drei Pfeiler. Sie, sie sind dort eingemauert. Was haben sie verbrochen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist lange Zeit her. Aber sie bekommen Blumen, hier, bei mir. Kauft bei mir Blumen. Und dort drüben, bei meinem Freund, Ahmed, könnt ihr Räucherstäbchen kaufen. Und bei meinem anderen Freund dort drüben, Alrik, ist, äh, Reiswein. Ihr müsst es opfern. Ihr müsst es kaufen. Ihr müsst es opfern. Ist das hier gegen das Gesetz nicht zu opfern? Ihr, äh, zieht den Zorn der Kraniche auf euch. Niemand will, dass ihre, äh, nun von giftigen Lotusblüten beworfen wird. Seht dort oben, äh, sie sitzen auf der Brücke. Ja, äh, äh, sie, die Kraniche, sind die, die Tiere von Burami und von Dalila und, äh, Elmandari. Warum wurden diese Töchter nicht ordnungsgemäß, bohensgemäß bestattet? Das weiß ich nicht, das müsst ihr den Baumeister fragen. Er hat sie eingemauert. Und warum hat sie keiner herausgeholt? Und sie begraben ordentlich? Nun, ich weiß es nicht. Mein Herr, ihr müsst Blumen kaufen. Kauft Blumen. Ihr könnt nicht über die Brücke gehen, ohne Blumen gekauft zu haben. Seht dort oben die Kraniche, die Kraniche greifen euch an. Sie werfen mit giftigen Lotusblüten auf euch. Hier sterben regelmäßig Menschen. Was ist denn das für ein Unsinn? Mein Herr. Also, ihr könnt doch wohl eine Blume. Was kostet denn eine Blume? Ein fünfter, fünf Taler, mein Herr. Silber oder Opfer? Fünf eiserne Münzen. Nein, nicht Silber. Ja, okay. Aber die drei müssen sich eine Blume teilen, weil so viel Geld habe ich nicht. Und da drüben müsst ihr Räucherstäbchen kaufen. Und da drüben Reiswein. Bei Ahmed. Und bei Alrik. Ihr habt jetzt schon eine Blume gekauft. Das muss jetzt reichen. So viel Geld habe ich nicht. Ihr müsst jede der Tochter öpfern. Jetzt wollen sie jetzt alle eine Blume kaufen. Fendi, ihr seid in Gefahr. Euer Leben ist nicht sicher. Ja, wenn es so sein muss. Solche Vögel können echt nachtragend sein. Nun gut, ich kümmere mich um die Räucherstäbchen. Ihr du Gnaden. Ihr Finn. Ja, ich kaufe eigentlich drei. Ihr du Gnaden. Ihr müsst auch kaufen. Ich mach mal ein Mensch, der mich nur unterziehen will. Also du guckst so ein bisschen auf die drei Säulen. Und du kannst tatsächlich an jeder der Säulen kannst du kleine Schreiner erkennen. Und davor liegen unzählige Blüten, vergossener Reiswein und Räucherstäbchen, die da so einen Hauch über die Brücke werfen. Und du kannst auch auf der anderen Seite der Brücke die gleichen Händler erkennen. Die verkaufen da die gleichen Blödsinn. Hm. Nun gut, dann will ich mal diesen örtlichen Traditionen freuen. Äh, hier nimmt ein Silber. Hast du Gerechtigkeitssinn oder sowas? Äh, bestimmt. Ich guck grad mal da. Irgendwie ein Nachteil. Weil der muss doch den Preioten kicken. Ähm. Autorität, glaub ich. Seht das? Moralkodex? Moralkodex auf alle Fälle, ja. Also Gälldick hat aber glaube ich 5. Ähm. Glaube ich da mit einem W20 einfach? Nö, also wenn du das bezahlen möchtest, dann musst du es nicht würfeln. Wenn du dich weigern willst, dann musst du ein W20 bekommen. Nö, da kickt er aber glaube ich rein. Der wird sich am Räucherstäppchen kümmern. Ich würde dann den Silbertaller irgendwie, da wird noch Blumen für uns alle bekommen, um die Gottes zu erreichen. Ja, dann könnt ihr euch eindecken und dann jeweils vor den, äh, drei kleinen Statuetten, äh, dieser Töchter des Baumeisters opfern. So könnt ihr über die Stadt, äh, Brücke gehen. Die einzige Stadtbrücke, die über den dreckigen Fluss führt, der wohl aus dem ekelhaften Sumpf mit den zahlreichen Echsen kommt. Bezauber das Städtchen. Hier wird von nichts Halt gemacht. Warum, warum diese, diese drei Töchter nicht ordnungsmäßig bestattet? Ich verstehe es nicht. Gibt es hier keinen Boron-Priester, der diesem Treiben Einhalt bietet? Nun, fremde Länder, fremde Sitten. Das hat nichts mit Fremditen zu tun. Tote gehören ordentlich bestattet, sie gehören Boron. Während ihr weiter in Richtung des, äh, Hauptplatzes oder des Palastes und dem, äh, großen Minarett geht, kannst du aus dem Süden, äh, Geheule hören, wie von wilden Stieren oder von, von wilden Berserkerkriegern, die wohl irgendwo dort, äh, im Süden in den Gassen sitzen und finstere Blutrituale abhalten. Du kannst ein lautes, äh, gemummeltes, ritualisches Ras-Rak-Ras-Rak-Ras-Rak-Ras-Rak hören. Diese Stadt. Hier verkehren nur Unzucht und Unordnung. Hier musste aufgeräumt werden. Aber dringend, aber dieser Herrscher ist hier anscheinend zu schade, dafür durchzugreifen. Vielleicht solltest du wirklich aufhören, äh, offen an den, der Herrscher auf der Stadt zu kritisieren. Aber seht euch da einmal um hier, was hier herrscht irgendwie. Was hier um euch herum vorgeht. Prajodur. Eine unserer Optionen könnte das beheben. Ja, ihr könnt, äh, wenige Menschen auf den Straßen vor euch erkennen. Ähm, einer führt da wohl so ein, ähm, Stier in Richtung Süden, mit blutigen Handabdrücken darauf. Führt den wohl in Richtung Süden. Ähm, andere Dorf- oder Stadtbewohner, ähm, gehen euch dann auch großzügig aus dem Weg, so wie es die Fischer getan haben. Und machen dann auch die, die Holzläden zu, damit man auch, äh, wenig Kontakt mit euch hat, wenn ihr dann als Fremde über diese Straßen geht. Alle sind abgemagert. Also wirklich an keinem ist Fett dran. Und, ähm, während ihr dann kurz, äh, ihr könnt es dann schon sehen. Also, der Hauptplatz ist auch von wenigen Menschen bevölkert. Aber ihr könnt drei Männer sehen in rot gewandten Roben mit allerlei Sigillen des Prajus darauf. Ah, das sind meine Freunde. Wurft die zu steuern? Ja. Prajus sind große. Ronga, du hast ein sehr ungutes Gefühl bei diesen drei Herren. Hm, dann halte ich mich ein bisschen weiter zurück. Aber, schau, Prajus, unruhig über die Schulter. Mhm. Sie nicken dir zu. Prajus, zum Gruß. Kollegah. Äh, Kollegah? Wohlkommen. Ihr seid doch nicht so weiter, oder? Nein, sind wir nicht. Dann sind wir auch keine Kollegen. Richtig. Sprich mit euer Gnaden an, wenn ihr wollt. Aber nicht mit Kollegen. Habt ihr das verstanden? Sie würfeln auf Rechtskunde. Nicken. Kollegah. Irognaden. Wir sind profane Richter. Eingesetzt vom Sultan. So und so. Ihr? Ich bin Irognaden Prajus von Grauningen. Ordentliches Mitglied der Prajuskirche. Dann willkommen in unserer Stadt. Habt ihr etwas zu verzollen? Habt ihr Unbil gesehen? Unbil beginnt überall auf dieser Straße. Schaut euch doch nach oben. Wollt ihr etwa sagen, die Straßen sind voll von Heretikern? Ja. Dort im Süden habe ich ein infernalisches Gebrüll von Stieren gehört. Ja. Das ist der Rasrak-Schrein. Ja. Es ist Ketzerei. Das ist so. Wir haben zahlreiche Richter, die dort vorsitzen und Schuld sprechen. Wollt ihr uns etwa wegen Amtsverfehlung anzeigen? Nun, wer hat euch denn eingesetzt als Richter? Der Sultan nicht wahr. Ihn müsst ihr anzeigen. Ihr wollt den Herrscher anzeigen? Wenn es sein muss? Das ist Heresie. Das ist keine Heresie. Das ist Recht und Gerechtigkeit. Seid ihr nicht autoritätsgläubig? Natürlich. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Recht, die von Gerechten ausgeübt wird, und Recht, die von Ungerechten ausgeübt wird. Der Sultan bestimmt, was Recht ist und was nicht Recht ist. Nach welchem Kodex? Nenn den mir. Er ist der Sultan. Nach seines Kodex. Ah, ihr spricht von Tyrannei, nicht von einem Rechtsystem. Ihr beschuldigt den Sultan der Tyrannei? Das nennt man so, wenn einer Recht spricht, ohne auf einen allgemeinen anerkannten Kodex zurückzubringen. Du kannst sehen, wie sie jetzt ungefähr... Ja, da am Rand stehen tatsächlich auch Wachen, Löwen von Talusa. Und jetzt winken sie zehn davon heran. Oh, kann ich mich da noch absetzen? War ein bisschen Abstand geblieben. Ich würde gerne noch in Sichtreichweite bleiben, aber nicht, dass ich von denen umzingelt werde. Also die kommen jetzt ran. Er hat definitiv irgendwo anders Dinge zu tun. Mhm, okay, dann drückst du dir in die Schatten. Halter, was warst du? Also check ich das, dass die uns jetzt festnehmen wollen? Vermutlich schon, oder? Ja, doch, das ist unmissverständlich. Der Typ in der Roten Robe zeigt auf Prajodur. Er ist ein Heretiker. Er beleidigt den Sultan, nehmt ihn fest. Was erlaubt ihr euch, ein geweihtes Prajus festzunehmen? Ich versuche mich mal zu verstecken, erschwerte Autoritätsglaubigkeit, weil eigentlich muss ich schon stehen bleiben. Ihr beruft euch auf Prajodur, das ist ebenso Heresie. Wie bitte? Handeln wieder die Götter. Ihr beschuldigt ein geweihtes Prajodur, der Heresie gegen Prajodur. Seid ihr noch von Sinnen? Handeln wieder die Götter, Heresie. Handeln wieder die Götter? Du kannst sehen, wie diese Söldner, die mit ihren Löwenornamentiken, die lachen sich so ein bisschen ins Fäustchen und gehen dann auf dich zu. Nun würden dir dann auch deine Hände brutal auf den Rücken drehen. Was erlaubt ihr euch? Lass mich los! Mitkommen, du kommst ins Loch! Ihr legt Hand an ein geweihtes Prajodur. Die Zwölfe werden euch Strafen für eure Untaten. Aber, ihr Alten, kriegst du einen Tritt in deine Knie und tut weh, wenn du dann noch hinfällst. Du wirst dann direkt wieder nach oben gezogen, die Arme nach hinten, sodass sie fast aus den Gelenken springen. Haldan, wird einfach ignoriert. Also, einer von diesen, die drei Richter drehen sich so ein bisschen um in Richtung von Prajodur, lächeln und dann kannst du plötzlich sehen, wie einer von diesen Robengestalten so ein bisschen lauernd in deine Richtung guckt. Haldan. Ich habe meine Blumen gekauft an der Brücke. Das war doch richtig, oder nicht? Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber der Mann hat gesagt, das muss man machen. Das ist kein Gesetz. Ach so. Aber er hat gesagt, das sind die Kranliche böse. Das werden sie. Ah. Er tatschelt dir so ein bisschen liebevoll auf die Wange, wie so ein Vater seinen Sohn irgendwie tatscheln würde, der gerade eine gute Aufgabe gemacht hat und dreht sich dann um und geht dann mit den anderen drei Richtern dann insgesamt. Und hinterher siehst du so ein bisschen, also die standen eben direkt vor dem Prajostempel und vorbei am Haus des Schafrichters kannst du dann sehen, wie Prajodur von Grauningen in die Mitte des Platzes gezogen wird. Du kannst dann da hören, wie wohl ein schweres Gitter beiseite gezogen wird. Es klonkt einmal und dann werden die Rufe von Prajodur plötzlich sehr dumpf und dann klackt es wieder und das Gitter wird wieder rüber geschoben. Du bist alleine. Die anderen beiden sind verschwunden. Ich möchte mich verstecken. Ich glaube, das ist halt dann die erste Reaktion. Ja. Der ist jetzt zu der 5 gebracht worden auf der Karte? Korrekt. Genau, korrekt. Das Loch, beziehungsweise der Kerker. Also es ist tatsächlich so, wie man es sich vorstellt, einfach mitten auf dem Stadtplatz ein großes Loch im Boden und das liegt dann Gitter vor. Greldig würde gerne in ausreichender Entfernung versuchen, in Sichtreichweite hinter der Gruppe herzugehen und im Auge zu behalten, wo Prajodur hingebracht wird. Und wenn das Ganze auf dem Platz geht, würde er sich dann auf der Karte so 8, 10, 7 seitlich an den Häusern entlangdrücken und versuchen, einen Überblick zu behalten. So, schauen wir mal nach. Also das Haus des Schafrichters, das wird dann auch alles so relativ gut beschriftet sein. Du kannst dann am Sklavenmarkt vorbeigehen, an der Stadtgarde, beziehungsweise der Garnision der Talusimer. Und auf der anderen Seite erkennst du das zugemauerte Rashtula-Beta-Haus. Von dort aus klingen auch immer Rufe. Also irgendjemand sitzt dort oben im Minaret und betet, trotz dessen, dass das Ding seit Jahrzehnten zugemauert ist. Die Novadis lassen sich davon nicht unangenehm berühren. Die haben wohl zu essen, zu trinken und denen geht's gut. Nur, dass sie eben jetzt nerven mit ihren Rufen. Und auf der anderen Seite kannst du dann den Sultanspalast erkennen, der eigentlich relativ schmucklos aussieht. Also im Tullamidenland hast du andere Sachen erwartet. Kuppeln, Türme, Festungsanlage. Also das Ding ist zweistöckig und hat Skischaden, weiß gekalkte Fassade. Du siehst oben auch noch so einen kleinen Palastgarten, der da wohl im zweiten Stock angelegt worden ist. Aber ansonsten ist es echt unauffällig. So würde es sich einfach durch diese Lokation abgrenzen von all den anderen Gebäuden, könnte man fast dran vorbeigehen. Und welche Tageszeit haben wir gerade? Du würdest sagen 12, 13 Uhr. Die Sonne steht hoch. Trotz dessen, dass wir Winter haben. Es ist angenehm, warm dafür, dass wir Winter haben. Und so ein leichter, fauliger Wind, der vom Sumpf her weht.